Hallo Welt, da sind wir wieder. Immer noch in beider Finch Farm. Gerade in ein Unwetter geraten, denke ich. Das zieht gerade auf. Vielleicht sollten wir schlafen gehen, bis das sich gelegt hat. Sonst sind wir immer verstrahlt da gleich und wir haben immer noch keine Chirurgenstation aufgebaut. Och, das ist aber noch früh zum Schlafen gehen. Naja, manchmal ist es ganz gut, wenn man auch mal früher schlafen geht. Okay, 15 Stunden. Das sollte doch reichen, so ungefähr. Und dann werden wir weitersehen. Ja, wir haben in den letzten Folgen sehr viel hier an der Finch Farm getan. Aber es ist ja auch manchmal so, dass es ganz gut ist, wenn man erst eine Siedlung einigermaßen fertig macht. In der Zeit passiert wieder irgendetwas in den anderen Siedlungen. Wir können gleich mal schauen, ob es vielleicht sogar schon Zuwanderer gegeben hat hier in Sanctuary zum Beispiel. Da brauchten wir unbedingt noch Leute. In der Burg ebenfalls in der Burg sind es 16. Ich weiß nicht, ob es vorher 17 waren. Die Moral liegt bei 84, was ja verhältnismäßig gut ist. Auf der Finch Farm fehlt es jetzt an Schutz. Jetzt zieht das mit dem Wasser und dem Essen. Wir bräuchten also 67 Schutz hier. Da müssen wir noch unbedingt was tun gleich. Und wir wollten ja gucken nach Sanctuary Hills. Da haben wir immer noch nur 15 Leute. Da müssen wir also nochmal hin und irgendwas mit Charisma dort anstellen. Also uns eine Ausrüstung anziehen. Oder mir fällt gerade ein, wir haben ziemlich viel Alkohol dort gelagert. Vielleicht betrunken. Betrinken wir uns einfach mal in Sanctuary Hills demnächst. Und schauen, ob das dann klappt. Ob das dann mehr Leute anzieht, wenn dort Alkohol getrunken wird. Hier auf jeden Fall brauchen wir Schutz. Darum werden wir uns in dieser Folge kümmern. Diese Folge wird höchstwahrscheinlich sehr kurz sein. Da die, ja, ich traue mich gar nicht es auszusprechen. Die Leute, die regelmäßig hier folgen, gucken. Die wissen, ich habe da ein arges Problem mit dem Festplattenspeicher. So, jetzt habe ich es doch nochmal gesagt. Ich wollte es eigentlich nicht mehr. Aber diese Folge wird wirklich mega kurz. Aber ich möchte unbedingt hier wenigstens die Finnschwarm noch schützen. Das möchte ich heute ganz gerne noch. Und ja, dann muss erst wieder geputzt werden. Und dann vielleicht klappt es morgen. Vielleicht dauert es aber auch alles länger als geplant. Ja, die Finnschwarm braucht Schutz. Okay, sie wird dann auch noch Energie brauchen. Wir werden Schutz aufbauen hier oben. Moment mal. Das heißt, wir sagen das so einfach. Was können wir denn alles Schönes bieten an Schutz? Moment, so. Ja, auch hierfür brauchen wir immer Stahl. Das heißt, wir müssen erst mal einkaufen und wir müssen Stahl kaufen. Ungewöhnlich, aber auch das muss mal sein. Na gut, Geld haben wir genug. Keine große Lust, jetzt irgendwie auf Erkundungstour zu gehen. Also kaufen wir hier bei unseren Händlern Stahl ein. Dafür haben wir unsere Händler, ja. Hallo. Hi, wie geht es dir? Hi. Möchtest du ein bisschen handeln? Handeln? Ja, sehr gerne. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Okay, wir werden, naja, Aluminium erstmal nicht, aber, ja, Zahnräder. Wird Stahl eigentlich auch mit einem Lupensymbol jetzt angezeigt? Ich weiß es, wir gucken mal. Hier ist Kupfer auf jeden Fall, nehmen wir mit. Kupfer und Öl. Oh, jetzt müssen wir auf drei Sachen achten. Stahl, Kupfer und Öl. Ah, das schaffen wir schon. Hier ist Blei drin. Hier ist Stahl drin. Oh, nicht so viel. Moment, da war doch vorhin ein Händler, aber ich glaube, der hatte keinen Stahl. Oder hatte der doch Stahl? Gucken wir erstmal nach Kupfer und Öl. Was ist das denn? Ach so. Gehen wir mal direkt hier auf. Serviette verkauft sie uns. Wer weiß, wofür wir das nachher noch brauchen werden. Oh, okay. Schauen wir erstmal Stahl. Okay. Das ist alles ziemlich teuer. Dafür ist nicht sehr viel Stahl drin. Oh, das hier ist sehr teuer sogar. Stahl und zwei Federn. Zwei Stahl. Die Glühbirne. Kupfer. Sehr schön. Hier sind Zahnräder drin und Gold. Sehr teuer aber. Glas und Gummi. Kleber und, naja, hier ist auch Stahl drin, aber ich finde, das ist auch überteuert. Wir sollten die Glücks... Ah, wir sollten Charisma. Ach, das hier übrigens wusste ich vor, weiß ich nicht, 20 oder 30 Folgen, wusste ich nicht, was Homeplate sein soll. Ich meine letztens einen Film gesehen zu haben, in dem es um Baseball ging und ich glaube, das ist eine Base. Sieht zumindest so aus. Also eine Homeplate. Ich glaube, das Wort ist da in dem Film auch mal gefallen irgendwie. Also, es ist kein Fußabtreter scheinbar. Ja, Gummi brauchen wir nicht, Kleber... Eigentlich wollten wir Kupfer und Stahl, wobei Öl auch gut ist und Zahnräder. Ach, das kann doch nicht alles so teuer sein jetzt, weil wir die falschen Sachen anhaben. Wir brauchen wieder was mit Charisma irgendwie. Stahl ist hier drin. Aber auch alles um die 9 teuer. Schöpfkelle 3. 2 Stahl drin, das ist doch ganz gut. 2 Stahl, aber dafür kostet das 12. Das ist zu teuer. Kupfer, egal wie teuer, das nehmen wir. Teller, auch ziemlich teuer. Stahl, 2 mal und Wert 5. Naja, ach, nehmen wir jetzt mal mit. Und was haben wir sonst noch? Beton, Öl. Ja, das wär's dann. Wir haben nicht so viel Stahl gekauft jetzt, aber wir nehmen das jetzt mal an. Okay, 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 okay. Ja? Nein. Hat er mich jetzt hochgeschubst hier? Ja. Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. Warum sagt sie das mal immer an dieser Stelle? Ich wollte jetzt... Bin ich ganz raus. Was wollte ich denn jetzt? Du bist auf meiner Farm jederzeit willkommen. Ach so, ja richtig. Einer von euch hat doch gehandelt. Das war Daniel, oder? Wo ist er denn? Hier? Nein, das ist Abigail. Finch. Daniel Finch. Hallo. Jetzt möchte ich gerne handeln. Ich hab' einige Waren zu verkaufen. Schau sie dir mal an. Daniel. Wenn du Vorräte brauchst, ich hab' sie. Der Schrott, der hier rumliegt, ist allerdings nicht zu verkaufen. Ach so. Oh, Entschuldigung. Den haben wir schon verwertet, den ganzen Schrott hier. So, Waffen-Impro-Scharfschützengewehr. Sehr gut. Äh, Beton, Beton, Baumwollgarn. Dünger, Leder und Stoff. Ah, das bringt alles nichts. Ah, das bringt alles nichts. Äh, wo kriegen wir denn jetzt schnell noch auf die schnelle Stahl her? Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ach ja, richtig. Eigentlich wollten wir uns ja gar nicht so lange an der Finch-Farm aufhalten. Wir wollten ja mit Curry weiterreisen. Schade. Bis morgen hab' ich das bestimmt wieder vergessen. Hahaha. Das war ja unsere Mission eigentlich. Wir wollten die Mission von Curry weiterführen. Jetzt sind wir hier. Und jetzt können wir wieder zwei Teile bauen, weil wir viel zu wenig Stahl gekauft haben. Ein wenig verpeilt alles. Oh Gott, oh Gott. So, Fußböden. Jetzt haben wir zu wenig Holz, ich glaube es ja nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir hatten doch mal gebaut und da hatten wir doch so viel Zeug für... Wir haben doch fast ganz Centauri haben wir doch schon eingezäunt. Ja, ich sehe gerade an der Framerate, die gerade runter geht. Ich befürchte, die Festplatte ist voll und deswegen muss ich mich jetzt schon verabschieden. Das war's dann leider. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und macht's gut. Tschüss.